Lukas Norddeck, 4 zu 1 gegen die Sportfreunde Siegen. Ich sag mal, das war ein perfektes Spiel, oder? Definitiv. Per muss das vorgenommen, hier heute aufgedreht. Wir haben zwei schnelle Tore gemacht. Dann hat man gesehen, dass wir selbst vertrauen haben und dann ist es schon fast von selber gekommen. Die Stimmung schwappt da auch nach und nach immer weiter auf das Feld über. War das heute etwas Besonderes heute hier? Definitiv, weil jeder wusste, wie wichtig das Spiel für uns ist. Ich muss sagen, die Fans haben uns super unterstützt. Da können wir uns ganz schön sagen. Wenn das so weitergeht, ist das einfach super schön.